Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet, wir sind in Louisiana und hier steht schon warum, denn das Catfish-Turnier hat hier gerade begonnen und da wollen wir natürlich mal gucken, ob wir da was reißen können, eigentlich interessieren mich nur die Köder, die man da gewinnen kann und deshalb werden wir das gleich mal versuchen, wir müssen jetzt nicht direkt rein, weil wir da 45 Minuten sowieso nur angeln und das über 2 Stunden läuft, also wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns das Setup und überhaupt die Regeln anzugucken, die sehen wir nämlich hier, da steht 45 Minuten Zeit, jede Art von Wels dürfen wir beangeln, Sitzkäscher müssen wir verwenden und eine Punktzahl müssen wir erreichen und ich muss die Fische nicht behalten, alles klar und hier stehen die Wertungen der Fischarten und das ist im ersten Moment ziemlich unübersichtlich, aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass der getüpfelte Gabelwels schon mal rausfliegt aus der Wertung, und einzigartig übrigens 6 Punkte pro Kilo, Trophäen 3 Punkte pro Kilo, ich weiß nicht, ob man die wirklich so, so viel schneller fangen kann, dass sich das lohnen würde, aber ich denke, das haben wir vielleicht gemacht, um, ja, wobei Low Level, du kannst ja auch nicht hier hin zu den Gewässern, ne, keine Ahnung, Beifang, Beifangwertung oder sowas, keine Ahnung, wofür das gut ist, aber die entscheidenden sind natürlich der blaue Katzenwels und der Flachkopfwels. Ich werde vermehrt auf den blauen Katzenwels angeln, weil der 10 Punkte bzw. 5 Punkte pro Kilo gibt, je nachdem, ob man normalen fängt oder einen Trophäenfisch, ähm, was mehr als der Flachkopfwels, das liegt aber auch daran teilweise, dass der Flachkopfwels ein Ticken schwerer ist, aber nicht so viel, und ein Trophäenflachkopfwels bringt halt 7 Punkte pro Kilo, einer von denen hier bringt halt 10 Punkte und ob man jetzt wirklich so viel mehr Trophäen fängt, als von den, als von den Katzenwelsen, weiß ich nicht, die wiegen ungefähr gleich viel, einen Ticken mehr, glaube ich, bei der Flachkopfwelsen, wie gesagt, aber den einzigartigen, den fängst du vielleicht, keine Ahnung, ein oder zweimal im Turnier, wenn du Glück hast, und ich habe sowieso kein Glück bei einzigartigen, das soll ich mal gucken, ich werde mich auf jeden Fall auf den hier konzentrieren, weil ich hoffe, dadurch ein paar mehr Punkte zu kriegen, ob das am Ende aufgeht, werden wir sehen. Setup sehen wir hier, Brutus 300 SE, Redfish, 4100, 06er Fluro, 6 0 Haken, wenn wir große Fische fangen wollen, 2,50 Meter tief, und mittleren Schnittköder. Denn auf den großen Schnittköder habe ich irgendwie mal K-Lächle dran, keine Ahnung warum, aber die habe ich auf den irgendwie nicht, deshalb versuchen wir das jetzt mal damit. Ich hoffe, wenn das klappt, wenn nicht, haben wir sowieso verkackt. So, los geht es, 163 mal mit, wir starten einfach mal, würde ich sagen, und hoffen, dass das einigermaßen gut funktioniert. Oh, warte mal, wo gehen wir denn hin? Hier so einfach mal in die Buhne, und dann werfen wir da hinten volle Kanne aus, in die Richtung. Dann sind wir so bei 42 Meter oder sowas, so wie ich jetzt geworfen habe. Und dann müssen wir dann die ersten Fische fangen, aber meine Pose steht schief, warum tut sie das? Ich glaube, ich bin tatsächlich... Hä? Warum steht sie schief? Bin ich zu weit rechts? Ein bisschen vor euch sind gerade geangelt. Hier irgendwo. Ah, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Mal sehen wir von hier nochmal. Man kann sich nicht stellen, so schlecht merken. Aber hier sollte sie jetzt gerade stehen, oder? Jawohl, das sieht schon besser aus. Nicht ganz gerade, aber gerade genug. So, die ersten Fische wurden auf jeden Fall schon gefangen. Guck mal, hier direkt schon die Trophäenfische am Anfang, am Start. Da hast du natürlich schon mal wieder richtig gute Karten. Aber wir haben ja 45 Minuten Zeit. Wir sind jetzt auch ein bisschen Verspätung gestartet, deshalb haben wir wahrscheinlich sowieso schon ein paar mehr Leute Glück gehabt. Einmal gucken, wo wir am Ende landen. Guck mal, der Zinker direkt mit einem einzigartigen Flachkorbwels ist natürlich dann schon mal ein dickes Punktekonto, was er da aufweisen kann. Wir haben jetzt auch den ersten Fisch, bevor man dazu ein Flachkorbwels ist. Ein Flachkorbwels sei schon ein Dingsbums, ihr wisst Bescheid. Ein Blauwels. Und dann gucken wir, was er wahrbringt. Aber das ist ein normaler, glaube ich. Der geht zwar so eine Bremse ein bisschen, aber nicht so, dass er irgendwie Richtung Trophy geht. Weil die normalen, die wir auch so 13 Kilo um den Dreh. Guck, da sind wir schon 16 Kilo Trophäenfisch. Aber wir werden hier erstmal den ersten Fisch aus dem Wasser ziehen und dann die ersten Punkte zumindest schon mal einsacken können. Was doch schon mal ganz in Ordnung ist. So, was haben wir hier? Da haben wir ein 10,9 Kilo. Das schädet schon eher als in unserer Übersicht. Und den packen wir natürlich ein. Platz 19 aktuell ist noch nicht so die Welt. Ist halt echt wenig, ne? Aber, was soll's. Die ersten haben natürlich schon ein paar mehr Fische gefangen, denke ich. Weil, da kommen sonst nicht hier mit den Punkten. Aber wir haben immerhin die ersten 54 Punkte einsacken können mit einem knappen 11 Kilo. Welts. Also auf den nächsten warte und hoffentlich, muss einfach hoffentlich zwischendurch mal so ein Trophy da rausziehen. Und da dann mit die Punkte kassier. Und auf den Einzigartigen zu gehen, das war mir echt zu heikel. Weil, ich glaub, es ist wirklich ganz gut, wenn man jetzt direkt am Anfang Einzigartigen fängt. Dass du dann vielleicht umsteigst auf einen blauen Katzenwels. Guck, Zinka macht das nämlich auch. Ein Einzigartigen gezogen und schon fängt er einen blauen Katzenwels. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht noch einen Gemischten-Spawn oder sowas gibt. Ich denke fast nicht. Aber wenn man in die Uni gezogen hat, dann kann man auf jeden Fall wechseln. Das könnte sogar vielleicht das Erfolgsrezept vom Turnier sein. Dass du einfach... Ich glaub, ich... Keine Ahnung, ich hab das Turnier nicht verfolgt die letzten Male. Ob man überhaupt ohne Uni irgendwie großartig in die Punkte kommt. Könnte sein, dass du wirklich... So lange auf dem Flakowels angeln solltest, bis du halt den Uni hast. Und dann auf dem Blauwels wechseln solltest. Das wäre vielleicht auch noch eine gute Taktik. Die man natürlich auch anstreben kann. Aber jetzt haben wir was ganz kleines. Weil jetzt haben wir so einen scheiß getüpfelten... Ja, Prost Mahlzeit. Der bringt das natürlich richtig nach vorne. Der bringt uns richtig Punkte. Egal. Wir müssen nehmen... Und anbeißt. Das ist natürlich jetzt... Worst Case, sag ich mal. Also normalerweise sind da echt die meisten Fische halt die Blauen. Und deshalb hab ich jetzt wirklich... Bisschen Pech grad gehabt. Der hat ich da so einen getüpfelten rausziehe. Aber... Kannst du nie ändern. Der nächste zupft auf jeden Fall. Mal gucken, was das wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, das hier durchzuziehen mit dem blauen Katzenwels. Und dann sehen wir einfach, wo wir am Ende landen. Ich werde jetzt hier nicht wechseln auf dem Flachkopfwels. Außer hier geht halt gar nichts mehr auf den blauen. Dann überlege ich mir das vielleicht mal da zwei, drei Würfe rüber zu machen. Aber ansonsten hab ich erstmal geplant, hier durchzuangeln. Denn im Moment kommen die bisher eigentlich ganz gut. Das ist zumindest auch wieder ein blauer Katzenwels, sonst wäre die Spannung nicht so hoch. Geht auch in die Bremse. Aber auch das ist wieder... Vermutlich eher normaler als was anderes. Egal. Fisch ist Fisch. Aber der geht schon ein bisschen mehr in der Bremse als der von gerade. Aber der gerade war ja nicht. Aber 11 Kilo hat er auch gehabt. Gucken wir mal. Ah, vielleicht haben wir sogar den Trophy. Weiß nicht, ist immer schwer zu sagen. Aber der kommt halt echt sehr langsam ran. Und ist immer direkt in der Bremse. Könnte sein, dass wir den ersten Trophäenfisch gleich aus dem Wasser ziehen. Bin ich mal gespannt. Aber nicht so viel freuen, bevor der Fisch im Sack ist. Ja, sonst ist das nämlich vielleicht auch mal kein Trophäenfisch, sondern nur ein 12 Kilo Fisch. Wie das gleich wieder aus dem Wasser kommen wird. Oh, da springt er sogar. Holla die Waldfee. So, was haben wir hier? 21 Kilo. Guckt es euch an. 21,7 Kilo Trophäenwälze. Und der gibt natürlich dann richtig Punkte. Jetzt sind wir bei 275. Packen wir ein. Und weiter geht es. Davon brauchen wir natürlich ein paar. Aber jetzt kommen sie ja gerade alle, wa? Jetzt war gerade so eine... So eine Trophäenbeißwelle. Und wir haben zum Glück auch einen einsacken können. Da war ich schon mal sehr glücklich. Und er zupft direkt weiter. Oh, der ist einzigartige Flackkoppels. Und der nächste Biss. Läuft gut. Läuft gerade gut von der Frequenz der Bisse. Kann ich mich nicht beklagen. Alter, was war denn da? Schau mir da ein. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nur die erste Flucht, die wahrscheinlich etwas... ...härter ist. Ja, jetzt lässt er ein bisschen nach. Aber auch wieder die nächsten Punkte, die wir hier landen. Dann sind wir so... ...denke ich Richtung Top Ten erstmal unterwegs. Aber es ist natürlich noch jede Menge Zeit. Was haben wir denn hier? Ist das echt wieder ein Trophy? Aber das wäre natürlich... ...dat Glück... ...von der Welt, ne? Wenn hier direkt zwei Trophys auseinander... ...nach einander ziehst. Er kommt wieder sehr langsam ran. Also dafür, dass das... ...normaler sein soll. Weiß ich nicht. Jetzt kommt er ein bisschen schneller. Wir werden es gleich sehen. Elfmeter hat er noch. Dann werden wir mehr wissen. Eine Flosse kannst du dann irgendwie auch schwer einschätzen. Dafür eigentlich echt zu selten. Aber auch der springt wieder so ein bisschen da runter. So, aber hat irgendwie nicht viel gebracht. Scheint ein normaler gewesen zu sein. Jawohl. 12,7. Packen wir ein. Immer noch Platz 15. Aber ich hänge sowieso ein bisschen hinterher, weil ich halt ein bisschen später angefangen habe. Aber nur 5 Minuten. Also so viel später... Also so viel hinterherhängen dürfte ich eigentlich gar nicht. Aber abwarten. Abgerechnet wird am Ende auch. Wenn wir fertig sind, wissen wir natürlich noch nicht, wo wir gelandet sind. Aber dann so ein 33 Kilo einzigartige ganzes Schlag. Also wir sehen schon, ja. Die Top 3 hat auf jeden Fall einzigartige gefangen. Vielleicht ist das echt die bessere Variante gewesen. Auf den einzigartigen zu gehen. Aber ich denke mit dem blauen, wir ist auch eine halbwegs gute Platzierung reichen. Solange die halt wirklich in diesem Tempo weiter beißen. Da hat gerade schon wieder die nächste gezupft. Aber noch nichts passiert. Gleich sind die ersten 10 Minuten rum. Stupsen wir mal kurz den Köder an. In der Hoffnung. Da hat da was passiert. Komm, Fischchen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ah, da zuppt das wieder. Posen wird dann auch hin und her gezogen. Aber noch fehlt uns der Abzug. Da ist er. Und auch der hängt. Auch das ist ein blauer Katzenwels. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wie schlecht ist der zieht? Quasi gar nicht. Jetzt geht er mal ein bisschen... Also auch wieder eher so um die 10 Kilo rum. Aber halt auch wieder 50 Punkte, weil es ungefähr am Platz weiter nach oben bringt. So, komm ran, mein Kleiner. Bei 50 Punkte stimmt das überhaupt. Geben über 5 pro Kilo. Ich glaube, die bringen 7, oder? Ich weiß nicht, 7 und 10. Oder verwechsel ich mich gerade mit der Trophy-Flachkopf-Welse. Keine Ahnung. Alter, was hat man denn da angefangen? Der hat ja richtig Punkte gegeben. Trophäenwels. Alles klar. 15 Kilo. 15 Kilo Trophy. So, wollen wir das sehen. Jetzt sind wir wieder auf Platz 11 gelandet. Aber kurz mal in den Top 10 geschnuppert. Das war schon mal wieder ein guter. Das war wieder ein guter, der uns nochmal ordentlich... ...nach oben gebracht hat. Da ging so ein 33 Kilo, der halt dann wirklich 15 Punkte pro Kilo bringt. Musste erstmal ankommen mit dem Blauen, ne? Musste viel fangen. Aber wir sind dabei. Heißt, ich würde jetzt erstmal cutten an der Stelle. Und wir gucken dann mal am Ende, was letztendlich da mal rumgesprungen ist. Beziehungsweise schauen wir dann in den letzten 10 Minuten nochmal rein. So, dann sind wir wieder zurück. Mit dem nächsten Fischanlagen. Und wir sehen aktuell noch Top 10. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Platz 1 und 2 sind, glaube ich, für mich nicht mehr zu holen. Platz 3 wird jetzt auch langsam eng. Aber gut, mit einem Trophäenfisch kann ich das noch reißen. Weil der halt nochmal so gut 200 Punkte bringt, wenn er denn 20 Kilo wiegt. Aber auch sehen wir, dass halt sehr, sehr wenig in den Top 10 vertreten sind, die keinen einzigartigen haben. Ich sehe gerade 3 mit mir. Und die anderen haben alle einen einzigartigen Flachkopf-Wels gefangen. Aber es ist nicht unmöglich, zumindest in die Top 10 zu kommen. Ob man damit gewinnen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Mit diesem Blau-Wels-Versuch hier. Da haben wir auf jeden Fall den nächsten rausgezogen. Der ist gar nicht mal so schlecht mit 13 Kilo, aber hätte auch gerne noch ein bisschen größer sein können. Denn da hätte Trophäengröße gehabt und hätte direkt mal das Doppelte an Punkte eingebracht. Oh, der Wurf war jetzt scheiße. Den hole ich glaube ich nochmal rein, oder? Ne, passt schon. Ja, bin ich mal gespannt, was das hier letztendlich wird. Also mein Ziel ist noch Platz 3, was noch erreichbar wäre. Aber noch läuft das Turnier auch. Wir brauchen halt noch einen Trophäenfisch. Ich habe aktuell glaube ich 4 Trophäenfische gefangen. Einer davon 15 Kilo, leider ein bisschen klein. Aber die anderen alle um die 20. Der größte 22,3 wie wir da sehen. Links am Rand. Und damit bin ich ja ganz zufrieden. Wenn ich jetzt vielleicht noch einen fangen könnte, dann hätte ich so meine 1,5, 1,6 voll anpunkten. Und damit kann man glaube ich ganz gut leben. Wo wir dann damit landen, wird man sehen. Der nächste Zupfer ist auf jeden Fall schon da. Gucken, ob er auch abzieht. Ich habe auch 3 Fische leider verhauen beim Anschlag. Das ist dann echt ärgerlich bei solchen Turnieren, wo halt eigentlich jeder Fisch zählt. Auch wenn es halt im Zweifel nur 50 Punkte oder so sind. Oder wenn es halt ein getüpfelter ist, auch nur ein paar Punkte. Aber am Ende geht es dann hier doch recht eng. Das sieht man ja auch da links am Rand. 1,280. Der hängt aber zum Glück. Habe ich schon kurz gedacht. Na, nicht, dass der wieder entkommt. Auch das ist ein blauer. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube kein Trophy. Wenn, dann wieder so ein kleinerer Trophy mit 15. Aber ich denke eher, das wird wieder so ein 10er Fisch sein. Aber auch der bringt uns dann auf Platz 4 zunächst mal ran. Und das heißt, auf jeden Fall sind wir hinter uns das erstmal wieder einholen müssen. Auch das ist immer wichtig. Das ist so ein bisschen Puffer. Da sehen wir Platz 4 und jetzt... Ah, guck mal. 12,2. Sogar gar nicht mal so schlecht. Und jetzt fehlen uns halt noch die 93 Punkte bis zum dritten. Und wir haben noch sieben Minuten Zeit. Sicher wäre natürlich jetzt ein Trophäen. Fisch. Die beste Wahl. Aber leider können wir uns das nicht aussuchen. Wir müssen jetzt beten, dass wir erstens überhaupt noch etwas fangen in den sieben Minuten. Und zweitens, dass das ein Trophäenfisch ist. Aber ich denke, eigentlich können wir mit dem Trophäen schon ganz zufrieden sein. Ich denke, wir werden am Ende nicht ganz so schlecht abschneiden, wenn wir jetzt noch einen Fisch fangen. Oder vielleicht auch zwei. Ah, guck mal. Der hat so... Nein! Genau das. Genau das. Der kam halt ohne Vorwarnung. Könnte aber auch was anderes gewesen sein. Vielleicht ein Karlecht. Ein Karlecht hat sich nicht gefangen. Aber ist halt trotzdem ärgerlich. Wenn er halt... Dann wieder so ein Fisch verhaust ist. Und eigentlich... ... Blöd immer, aber... Können wir jetzt nicht ändern. Brauchen wir nicht drüber trauern. Beten. Dass es beim nächsten besser klappt. Schon sind wir nur noch fünfter, aber... Wir haben auch noch sechs Minuten. Die ersten müssten gleich sogar fertig sein. Denn wir haben ja fünf Minuten später angefangen. Die ersten beiden tun sich sowieso gar nichts mehr irgendwie. Die fangen... Schon... Lange nichts mehr. Die stehen ganz Zeit bei 2.000 über 1.700. Entweder schon zurückgelehnt. Oder... Fertig könnte eigentlich noch nicht sein. Jetzt gerade dann vielleicht. Aber noch nicht so lange, wie sie da schon mit den Punkten stagnieren. Komm, zupf irgendwas. Eigentlich habe ich zwischendurch immer ganz gut gefangen. Ich hatte da mal... ...zwei, drei Minuten, wo vielleicht nichts gebissen hat. Aber so generell... Wahrscheinlich echt okay. Hatte durchgehend mal eine Bisse. Weiß nicht, irgendwie soll ich da zehn Minuten mal gar nichts gefangen habe. Deshalb kann man damit eigentlich... ...ganz... ...zufrieden sein. Da zupft nochmal was. Jetzt müssen wir hoffen, dass das... ...der passende Fisch ist. Und dass der vorne nicht abzieht. Und mich nicht hängen lässt jetzt. Er zupft immer noch. Na komm. Für den Trophy... ...bräuchte ich auch noch ein bisschen Drillzeit. Weil er sich nicht einfach rankurbeln lässt. Beiß doch an. Bitte. Schwimm nicht weg. Aber ich glaube, genau das hat er getan. Na, da ist keiner mehr. Scheiße. Da ist leider keiner mehr. Das ist ärgerlich, weil die ersten drei Plätze hätten dann echt so einen Köder gegeben. Als Preis, den ich ganz gerne gehabt hätte. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt glaube ich noch mehrere Köder. Die man auch bei den anderen Turnieren jetzt gewinnen kann. Also auf jeden Fall größer Anreiz als nur diese Preisgelder. Weil die jucken mir nicht. Aber die Köder... ...hätte ich schon mal ganz gerne. So den einen oder anderen. Okay, hier ist es jetzt ein Spinner-Bed. Die eigentlich jetzt nicht so oft. Deshalb... ...ist hier nicht so dramatisch. Aber... ...wenn wir so nah dran sind an dem Top 3. Dann darf ich das auch gerne werden. Jetzt zuppelt wieder die ganze Zeit. Aber der will nicht mehr beißen. Boah, was war das? Das hat rechts gar nichts angezeigt. Aber die... Irgendwie war das... Mega komisch. Da habe ich einfach mal angeschlagen. Ist auf jeden Fall ein blauer. Aber scheint auch kein Trophy zu sein, oder? Schwer zu sagen. Aber jetzt hat der dritte auch schon 1600. Also bräuchten wir jetzt echt schon einen guten Trophy. Ja, jetzt bräuchten wir schon so einen 22 Kilo. Und das ist der mit Sicherheit nicht. Ja, das ist eher ein normaler. Wird da. Springt wieder aus dem Wasser. Aber da haben wir da. Jawohl. Ist normaler. Ändert nichts an unserer Platzierung. 10 Kilo bringt er auf die Waage. Wir haben noch 3 Minuten. Jetzt müsste er halt dann relativ schnell einer beißen. Well, Scope bin auch noch geworden. Glückwunsch an mich. Ich bin auch zwischenzeitlich Level 40 geworden. Ja, auch dadurch ist es jetzt mal endlich geschafft. Gab sogar 10 Bait Coins. Richtig krass. So, jetzt müssen wir einfach schnell auf den Biss hoffen. Weil. Wenn das jetzt wirklich ein Trophy ist, dann brauchen wir halt noch. Da hätte vielleicht noch die 2 Minuten gebraucht, ne. Den zu drillen. Er zieht auf jeden Fall hinten schon. Aber der müsste dann auch jetzt relativ zügig abziehen. Dann kriegen wir den vielleicht noch raus. Ach, der ist schon wieder weg. Er ist schon wieder weg. Aber gut. Dafür, dass ich keinen einzigartigen habe. Ähm. Habe ich mich ganz gut platziert. Wir sehen jetzt. Kommen sogar langsam die, die auf Blauwells nur geangelt haben, in die Top 10 Reihen unten. Also schwätzen sagen. Aber gewonnen haben halt trotzdem die, die ein Uni haben, ne. Und das unter Umständen auch deutlich. Mit 2000 und 1700 ist das halt schon eine Hausnummer. Die müssen ja schon fast zwei Unis gefangen haben, oder? Oder halt krass viele. Trophy ist auch noch hinterher. Vor allem im Blauwellsen. Keine Ahnung. Er zuppelt immer noch, aber ich habe nur noch eine Minute. Eineinhalb Minuten. Boah. Der Anschlag ist da fast nicht durch. Mal gucken. Den könnte man rauskriegen, wenn der jetzt nicht so arg kämpft. Aber wenn er nicht arg kämpft, ist es halt kein Trophy. Und der bringt mir dann halt gar nichts. Dann komme ich vielleicht mit Glück auf knapp 1500 Punkte. Oh Gott, ne. Das ist ein ganz kleiner. Der wird mir nicht mal auf 1500 bringen. Aber nochmal. Ein Fisch zum Abschluss. Oh je, das ist aber der kleinste, den ich heute gefangen habe hier. 6,7 Kilo. Na gut. Mal das. Ich kann jetzt mal meinen Köder hinten raushauen. Aber ohne Witz für eine letzte Minute brauche ich das eigentlich echt nicht. Ne. Den Trophy kriegt er eh nicht mal raus. Das können wir sein lassen. Ich kann die Zeit jetzt ablaufen lassen. Und dann beten. Guck mal. Gibt direkt hier. Der Alligator-Hecht. Ich glaube, die sind schon fertig. Guck mal, jetzt spawnen sie alle, weil sie alle fertig sind aus dem Turnier. Dann spawnen sie jetzt bei mir im Raum. Auch nice. Beziehungsweise sind die die ganze Zeit im Raum. Aber du siehst die halt nicht. Man hört sie halt laufen. Aber immerhin der 200 Kilo. Casha ist voll geworden. Also hat es genau gepasst, würde ich sagen. Top 10 Platzierung ist drin. Platz 5 aktuell, wo wir am Ende landen, wird man sehen. Aber ich glaube, 1484 ist ganz in Ordnung. Dafür, dass wir nur auf Blauwels gegangen sind. Denke ich, war das ein gutes Turnier. So, jetzt gleich können wir uns noch unsere Message abholen. In 5 Sekunden hat das Ende. Dann gucke ich nochmal, was ich verdient habe an Cash. Weil die Reisekosten hier liegen bei 8000, glaube ich. Weil der echt nicht mehr ganz so viel ist. Heißt, das Turnier könnte sich sogar fast rentieren, wenn man den Casha voll macht. Kommt nicht mal an die Meldung. Jawohl. Platz 5. Alle gefangene Fische werden verkauft. Da sind wir 20.000 sogar. Also da lohnt sich bei dem Turnier auf jeden Fall sogar die Reise, wenn man halt wirklich da noch die Fische fängt. Ja, aber ich denke, das ist machbar. Dann kann man das Turnier sogar mit einem positiven Cashflow beenden. Auch wenn man quasi nichts gewinnt. Für Top 10 Platzierung würde ich glaube ich jetzt sogar noch was kriegen. Aber ob man da halt so letztlich drin bleibt, wird man abwarten müssen. Das hat es auch gewesen sein vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.